Wir sind in Dortmund in der Nähe des Westfalenparks. Wir haben einen schönen Parkplatz gefunden, der mitten im Grünen liegt und wo man auch wirklich seine Ruhe hat. Das ist wirklich klasse. Und der Grund, dass ich noch in Deutschland bin und noch nicht weitergekommen bin, ist ganz einfach. Das ist so ein kleines Elektronikkästchen, ein sogenannter Ladebooster und der ist mal wieder kaputt. Das ist schon der zweite, der wurde schon einmal auf Garantie ausgetauscht und jetzt hat der Händler genug und schickt mir einen besseren. Ist ja auch nett. So eine Schachtel kostet ja immer um 400 Euro. Aber ohne den will ich nicht weiterfahren, weil nur mit der Standard-Ladeelektronik und 20 Ampere zu laden, da dauert das zu lange, bis die Batterien wieder voll sind. Ich habe 200 Amperestunden drin, das heißt, ich müsste bei 20 Ampere 10 Stunden fahren, damit die voll werden. Wenn nicht noch mehr, mindestens 10 Stunden. Und mit dem Ladebooster bin ich dann bei 50, 55 Ampere. Da sind das dann bloß 4 Stunden, die man fahren muss, damit die Batterien wieder voll sind. Das heißt, die werden dann eigentlich nie leer. Und das ist schon mal gut. Und, naja, wie auch immer, jedenfalls hier mitten in der Stadt, da ist es natürlich oft so, wenn wir mal gucken, da kommen wieder Leute, da sind viele Leute, die vorbeikommen mit ihren Hunden und so. Und die haben dann hier in dem Park die Hunde ausführen. Und da hat der Einstein immer was zu spielen und ich habe was zu schwätzen. Also die Hundebesitzer untereinander, das kennt ihr ja als Spiel. Und das ist ja ein guter Aufhänger. Und da sind die Leute natürlich auch interessiert, ja, wie Van und da wohnst du in dem Ding und so. Und ja, da hatte ich heute Morgen ein super nettes Gespräch mit einer hübschen, netten Dame. Die war dann so vollkommen Feuer und Flamme, weil sie nämlich auch ein Van jetzt ausbauen möchte. Und die war so wirklich begeistert von dem Thema und hat sich da so richtig, ja, so draufgestürzt. Ohne jetzt überhaupt ein, die musste, also sagen wir mal so, der Hedrum, also musste ich noch einiges an Fachwissen arbeiten, aber ich habe ja auch vor zwei, drei Jahren keine Ahnung davon gehabt, was dann irgendwie jetzt so abgeht. Und ich mache aber viel so Kurse zum Thema Projektplanung und so weiter. Und da ist ja ein Ding, finde ich immer ganz wichtig, so der gute alte deutsche Spruch, warum, weshalb und wie. Also vor allem die Reihenfolge dieser Fragestellung finde ich immer sehr wichtig, dass man sich halt erstmal überhaupt Gedanken macht darum, warum denn jetzt? Habe ich da hier etwas? Was sind denn meine Beweggründe? Warum will ich das denn machen? Und wenn man das dann so in etwa rausgefunden hat, auch gerne mal auf einen Zettel aufgeschrieben hat, dann kann man das nochmal reflektieren und nach dem Weshalb fragen. Was ja irgendwie das Gleiche ist. Aber das Spektrum G ist ja weit. Also da geht es ja von, ja, ich will mal ins Urlaub fahren oder ich will mehr Freiheit haben und so. Da kann man mal drüber nachdenken, hat man das denn auch wirklich? Und dann kann man dann nochmal drüber reflektieren und das nochmal kritisch in Frage stellen, alles so. Und dann weiß man auch noch wirklich, was man da braucht. Also was man da, was man dann da haben muss. Und dann geht das ans Wie. Aber da ist ja dann auch eigentlich ganz wichtig, wie man denn die Frage Wie anpackt. Und da gehe ich ja gerne von der Bedarfspyramide aus. Und die ist ja so aufgebaut, dass halt, ja, was braucht der Mensch? Also das ist dann so gegliedert von, ja, Atmen, Wasser, Luft, Wasser, Schlafen, Dach über den Kopf bis hin zur Spitze dieser Pyramide, wo dann da steht, die persönliche Entwicklung. Jetzt ist es ja oft so, dass man dann halt von dieser persönlichen Entwicklung eigentlich anfängt. Was ja sicher legitim ist und auch interessant. Aber man sollte halt wirklich bei der Planung was für ein Wohnmobil oder Wohnwagen oder Matratze im Auto, wo das ja eigentlich schon anfängt mit, was man dann da, was man dann nachhaben muss. Und das ganz, ganz Wichtige ist, man muss da wirklich unten anfangen und dann auch anfangen bei dem, was man morgens zuerst macht. Und die meisten Leute gehen erst mal auf den Klo. Und da geht es ja los, dass man dann schon überlegt, ja, Klo, ja. Wie viele Van-Ausbauten habe ich die Leute gesehen, die dann sagen, ja, nee, Klo haben wir gar nicht, brauchen wir nicht. Wir haben einen Spaten. Kann man dann darüber nachdenken, ob das einem Land, ob man das okay findet, dass man zum Beispiel, wenn man dann jetzt mal hier in so einem Stadtpark gelandet ist, ob das eine coole Nummer ist, wenn man sich da hinterm Busch hockt und seine Hinterlassenschaften vergräbt. Weiß nicht. Also, hm. Dann sagt man ja, okay, da gibt es halt eben den Chemieklo, der in den meisten Dingern verbaut ist, also in den fertigen Wohnmobilen. Finde ich ja auch fragwürdig, dass man jedes Mal zu einer Sondermülldeponie im Prinzip muss, um da seine Chemie zu verklappen. Okay, da gibt es jetzt ja so andere Zusatzstoffe und so, aber irgendwie die Dinger, die Möpfel nach zwei oder drei Tagen. Meine persönlich präferierte Lösung ist eine Komposttoilette, also eine Trockentrenntoilette nennt sich das auf Fachdeutsch. Und da haben wir eine von der Firma Kildwig. Aber ich will jetzt keine Werbung machen, nur so einfach nur, dass man darüber nachdenkt und jeder für sich entscheidet, was ist denn da? Und über das Thema dann auch mal nachdenkt. Aber wenn man das so stückweise macht, dann verblendet man nicht diese ganze Diskussion. Okay, was ist denn da? Was heißt denn Chemieklo überhaupt? Was ist denn? Warum braucht man denn diese Chemie? Warum braucht man denn? Was ist denn jetzt cool an so einem Spaten, den man einfach in den Wald schleppt? Oder was ist da nicht so cool dran? Wenn man das mal weiß, dann hat man dann schon mal einen Grundstein von seinem Ausbau. So, und der nächste ist dann waschen. Wasser, Frischwasser. Muss mich jeden Tag duschen, langt das einmal die Woche. Ist das okay, wenn ich in ein Freibad gehe oder ein öffentliches Bad? Oder gibt es das überhaupt überall? Und so weiter. Dann können sich da drüber Gedanken machen, wie das so ist. Und dann sieht man auch da dran, wie viel Wasser man denn braucht. So, und dann, klar, kochen natürlich, gehe ich essen, gehe ich in mein Restaurant, würde ich mir selber kochen. Nahrungsmittelaufbewahrung, brauche ich einen Kühlschrank. Schlafstätte, die kommt erst dann, nicht vorher. Viele Leute machen sich dann Gedanken über das Bett und wie das denn aussehen soll und sonstiges. Haben aber die wirklich grundlegenden Sachen noch nicht abgeklärt. Und dann kann man halt irgendwann mal drüber nachdenken, wenn man dann halt das mit dem Kochen und so weiter abgeklärt hat. Brauche ich den Gas? Brauche ich dann Propan? Wie sieht das aus mit den rechtlichen Bestimmungen vom Transport von Propanflaschen und Gasanlagen in so Wohnmobilen? Dann, wo war jetzt? Ja, und dann kommt dann irgendwann auch der Strom. Was brauche ich dann an Strom? Und da sind wir mal bei eingangs erwähntem Thema. So, Duschen, da gibt es auch. Ach so, kleiner Tipp, wir waren ja jetzt in Finnland die ganze Zeit. Und was die Leute da haben, sind diese Saunaduschen. Die sind vollkommen klasse. Das ist einfach nur so eine Pumpe, die ist unten an so einem Schlauch dran und oben am Schlauch ist dann halt eben der Duschkopf. Und dann schmeißt du diese kleine Pumpe einfach in den Eimer rein. Vollkommen genial. Also wenn, so was würde mir eigentlich langen. Sehr praktisch. Kann man auch zwei, drei von mitnehmen, falls das irgendwie aufgibt, das Ding. Die sind nicht so teuer. Ich muss mal gucken, bei Amazon gibt es die bestimmt. Mal unten suchen und verlinken. Ansonsten müssen wir in der Feenladen fahren und die da kaufen. Die kann man per USB aufladen. Und ja, dann Platzbedarf. Da wird dann auch immer wieder, ja, drinnen sitzen und sonstiges. Ja, der Punkt ist halt der, du fährst ja mit so einem, also ich für mich, mir geht es jetzt darum, mein, warum? Ich will es warm haben. Also, klar, ich will es trocken und warm innen drin haben, aber ich will es auch warm draußen haben. Wenn ich gerne mit dem Hund spazieren gehe oder wandern gehe und so weiter. Da fragt sich dann auch, wie viel Platz brauchst du denn in dem Auto zum Sitzen und so weiter. Braucht man das wirklich? Wie lange hält man sich denn da auf? Ja, das sind so interessante Sachen. Wie geht ihr denn daran? Schreibt doch mal in den Kommentaren rein. Vielleicht können wir auch zusammen eine Liste machen an Punkten, die man irgendwie abhaken muss oder sonstiges. Wie lange hält man sich denn das für? Vielen Dank.